Guten Morgen Freunde, ja es ist super früh, halb fünf und wir gehen heute Kajakangeln an der Elbe in Hamburg-Affen. Warum so früh? Weil es wird heute nochmal über 30 Grad und es wird zu warm. Ich bin gespannt, letztes Mal war erfolgreich, aber es war wirklich nicht einfach und wir haben fast nur kleine Zander gefangen. Ich hoffe heute, es wird besser, wenn wir die große Zander. Also, mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Hey. Wir sind direkt an das Wasser. Pop! Genau. Ketterklabern sind 90 Grad. Genau. Aber hier ist Fisch. Ja genau. Deswegen. Gerade im Wasser und zeigen die Abs. 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 Die Abs.- Die Abs. Die Abs. Hast du bis aber klein. Ja, Fisch! Ja, aber klein. Klein? Klein, ja. Ganz klein. Aber... Zweiter Biss, erster Fisch. Zander! Zander! Ein Mini-Zander. Hi, wieder ins Wasser. Ganz kleiner Zander. Aber dann führe ich ja den Feier-Target haben. Das ist ja ein sehr guter Kidder für Zander, weil er hat zwei Schwanz und macht viele Vibrationen aus. Weil er dann ganz egal ist. Ja, weiter so für die Große. Einmal? Ja. Ist genug. Aber ganz klein. Ja. 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 Ah, nein. Ja. Ich hab meinen Wies gehabt und dann 20 Sekunden später. Eben. Diese ist schön. Schöne Diesel, aber Mini-Thunder. Das war ein Muster. Ist das ein Zander? Zander, ja. Was für ein Muster. Das sind die Idee. Monster-Thunder. Es ist jetzt super warm. Ganz windig auch. Das ist geplant. Und ja, ich hab gute Hose jetzt. Also kein bis seit einer Stunde oder fast. Ich glaube es ist fertig heute. Da haben alle ein paar Zander gefangen. Leider nur kleiner. Aber es hat Spaß gemacht. Super Wetter. Einen schönen Tag. Also ich wünsche euch viel Erfolg. Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. Bunt Fisch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.